Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen meines Wissens nach einen rheinländischen Klassiker. Wir machen Aprikosenriemchen. Ich habe euch sowas in die Richtung vor, ich glaube letztem Jahr, habe ich euch das schon mal gezeigt mit Äpfeln. Wir machen das jetzt aber mit Aprikosen und mit Blätterteig. Und diesen selbstgemachten Blätterteig habe ich euch im letzten Video schon mal gezeigt und der kam einfach so extrem gut bei euch an, dass ich den nochmal in Schnelldurchlauf mit euch machen wollte, damit wir das Ganze nochmal aufgreifen können und das auch wirklich alle mitbekommen. Das heißt, für diesen Blätterteig habe ich in meiner Schüssel ganz normales Mehl gehabt, eine Prise Salz, eine Prise Zucker und kalte, gewürfelte Butter. Das habe ich dann in meiner Schüssel mit dem Flachrührer so lange laufen lassen, bis da mit einem Schluck Wasser ein Teig zusammenkam und dann ist der Teig soweit fertig. Was ihr gerade gesehen habt, ist, dass ich euch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, glaube ich, auch schon mal einen klassischen Plunderteig gezeigt habe. Plunderteig ist ungefähr das gleiche wie Blätterteig, nur dass bei Plunderteig Hefe reinkommt und bei Blätterteig eben nicht. Das heißt, wenn ihr das trotzdem mal sehen möchtet, klickt einfach mal oben in die Infokarte, dann werdet ihr dazu weitergeleitet. Ich habe meinen Teig hier auf jeden Fall in Folie gepackt, flach gedrückt und das Ganze für mindestens zwei bis drei Stunden kalt gestellt. Und das war dann hier zu dem Zeitpunkt halt zwei, drei Stündchen später. Mein Teig ist deutlich fester geworden und jetzt kommen wir zum Ausrollen und zum Tourieren, nennt man das also, zum Schichten und zum Falten des eigentlichen Teiges. Das heißt, ihr packt euch ein bisschen Mehl auf eure Arbeitsfläche und fangt an, das auszurollen. Am besten so ein bisschen rechteckig, das heißt, eine Seite kürzer und die andere halt ein bisschen länger, damit wir das jetzt falten können wie ein Brief. Bevor wir das wie so eine Art, ja, ich würde sagen, halt wie so ein Brief falten, solltet ihr darauf achten, dass ihr das Mehl zwischen den Lagen immer so auf Seite pinselt, weg, abstaubt. So, nennen wir es mal so. Und dann faltet ihr das zwei, dreimal wie so ein Brief, rollt das immer wieder aus und diese Seite mit den Nähten, die zeigt dann am besten immer zu euch. Genau. Und das macht ihr halt zwei, dreimal, faltet das immer wieder schön und nach zwei, dreimal Falten packt ihr das Ganze in den Kühlschrank. Bei mir war das dann über Nacht. Ihr könnt das aber auch nochmal für zwei, drei Stunden kalt stellen, bis das Ganze wieder ein bisschen fester wird und unsere Butter halt nicht zu flüssig, zu weich wird. Also, ab in den Kühlschrank. Bei mir war das jetzt über Nacht und bevor ich mich jetzt weiter um meinen Teig gekümmert habe, habe ich mich eben um meine Aprikosenfüllung gekümmert. Und ihr denkt euch jetzt, ja, aber Lisa, du arbeitest ja nicht mit Aprikosen. Ich weiß, ich konnte einfach keine mehr finden. Ich weiß nicht genau, ob alle ausverkauft waren oder ob ich einfach zu spät dran bin. Ich musste halt ein bisschen pfuschen und habe mir dann diese weißen Pfirsiche genommen. Aber stellt euch einfach vor, das sind Aprikosen. Ihr würdet das gleiche genauso mit Aprikosen machen, wie ich das jetzt hier mit den Pfirsichen mache. Ich habe die auf jeden Fall einmal rundherum eingeschnitten und in ein kochendes Wasser geschmissen, damit ich die schälen kann, so wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, nach kurzem Moment kochen, werden die in kochendes, ach, in kochendes, in eiskaltes Wasser geschmissen. Und dadurch könnt ihr die dann super, super leicht schälen, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Das habe ich bei allen meinen Pfirsichen gemacht, bis die halt wirklich einmal komplett geschält sind. Hab die dann vom Steinchen genommen und in so grobe Stücke geschnitten. Da müsst ihr nicht zu genau sein. Das wird jetzt gleich nämlich eh nochmal so ein bisschen kaputt gekocht in so einer Art Püree. Deswegen, das Schneiden in Stücke ist nicht, das muss nicht genau sein. Ihr schält halt dementsprechend euer Obst, dass da nichts mehr dran ist. Oder wenn es euch nicht stört, könntet ihr das auch ganz lassen und schmeißt das in den Topf, in Würfeln oder in Stücken. Gebt da eventuell noch ein bisschen Zucker zu. Kommt drauf an, wie süß euer Obst ist. Bei mir waren die nicht so ultra süß, deswegen habe ich da ein bisschen nachgeholfen. Und koche das jetzt in meinem Topf bei mittlerer Hitze ungefähr für ein paar Minuten auf. In der Zeit, wo das aufkocht, habe ich mir auch schon, weiß ich nicht, so 2-3 Esslöffel Speisestärke genommen. Und die mit einem Schluck Wasser verrührt. Dass wir halt so ein Stärkewasser haben, wo wir nachher unseren Kompott mit abbinden können. Bis wir dazu kommen, müssen die Pfirsiche oder Aprikosen, die müssen auf jeden Fall erstmal ein bisschen kaputt kochen. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euer Kompott braucht. Wie trocken euer Obst ist, wie stark das einfach kaputt kocht. Ich musste dann mit ein bisschen Wasser nachhelfen. Und der Video zur Wecke wegen, habe ich meinen Kompott hier noch ganz leicht Aprikofarben eingefärbt. Mit, ja, die Farbe hieß Aprikot, die war von Torties. Und habe dann da der Farbe ein bisschen nachgeholfen. Das waren immerhin, wie sagt man, weißfleischige Pfirsiche. Und ja, für den Eindruck, dass man halt denkt, dass es Aprikosen sind, musste ich ein bisschen pfuschen. Gut, mein Kompott ist soweit relativ stark runtergekocht. Ich war dann zufrieden und habe dann mein Stärkewasser dazugegeben, das ganze feste verrührt. Und diese Mischung mit der Stärke dann einmal ganz stark aufgekocht, damit die Stärke das alles abbinden kann. Und das dann auf Seite gestellt, dass es ein bisschen abkühlen kann. Und während das jetzt abkühlt, können wir uns um die eigentliche Form kümmern. Dafür habe ich mir meinen Blätterteig jetzt hier wieder geschnappt und rolle den jetzt erstmal wieder mit ein bisschen Mehl aus. Am Anfang ist der immer ein bisschen fest, natürlich wegen der Butter. Also da müsste ja ein bisschen, einfach ein bisschen Mühe, ein bisschen Schmackes drangehen. Dann geht das aber relativ gut. Ich wollte euch in diesem Video noch einmal zeigen, wie man noch anders tourieren kann, wie man noch anders falten kann. Das heißt, ich habe euch eben in der ersten Runde gezeigt, wie man einen Nahtbrief faltet. Das ist eine einfache Tour und eine doppelte Tour, da faltet ihr im Endeffekt doppelt. Und das ist gar nicht so schwierig, aber braucht vielleicht doch ein bisschen Übung. Das heißt, was ihr macht, ist unten zuerst eine ganz kleine Falte so einlegen. Und dann oben, boah, das ist so doof zu erklären, halt ein wirklich großes Stück. Ihr müsst aber immer gucken, dass ihr noch genug Platz habt, um dann, ja, diese Seite nochmal oben drauf zu legen, sodass ihr halt echt so eine doppelte Faltung habt. Und das ist doof zu erklären, falls ihr das nicht so richtig verstanden habt. Vielleicht guckt ihr euch diesen Part einfach noch mehrmals an. Aber es ist ein bisschen doof zu erklären und braucht ein bisschen Übung. Dann versteht man das aber auch relativ leicht und schnell. Aber ja, das ist die doppelte Tour, die ich meinem Blätterteig dann noch gegeben habe. Habe das Ganze dann direkt, zu aufgeregt, direkt weiter ausgerollt. Ähm, und das Ganze relativ dünn gerollt, sodass ich das jetzt in meine Form legen kann und wir unser Kompott da drauf packen. Also guckt ihr, dass ihr das so groß rollt, dass ihr damit halt eure Form auslegen könnt. Und euch oben aber auf jeden Fall, weiß ich nicht, so ein Drittel oder so überlasst, damit wir da dieses Riemchen Gitter ausstechen können. Und wie das funktioniert, ich glaube, da sind alle am gespanntesten wegen. Das ist aber voll einfach. Ich habe das euch nur noch nie gezeigt. Das heißt, was ihr macht, ist den Teig wirklich schön dünn rollen. Dann schnappt ihr euch dieses Riefen, ähm, Riemchenroll-Ding. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und rollt damit einfach über euren Teig. Und dadurch werden halt, wird dieses Gitter geschnitten. Und, ähm, was ihr dann eigentlich nur machen müsst, ist mit ein bisschen Geduld das Ganze auseinanderziehen und dann halt über euren Kuchen legen. Und das ist schon fast alles. Das heißt, das habe ich gemacht. Habe davor aber mein Kompott in meine Form gepackt. Dann, äh, rechts und links die Reste so ein bisschen abgeschnitten von meinem Gitter. Und dann mit ein bisschen Geduld und wirklich auch mit ein bisschen Gefühl das Ganze so ein bisschen auseinander gefuselt. Hier kann es passieren, wenn euer Teig zu warm wird, dass, ähm, der sehr, sehr weich und sehr, sehr klebrig ist. Also, falls das der Fall ist, am besten packt ihr euren Teig dann nochmal kurz in den Kühlschrank, damit der wirklich schön kühl und fester wieder wird und zieht das Ganze dann erst auseinander. Ansonsten kann das nämlich eine echte Matscherei werden. Bei mir war es aber soweit in Ordnung und ich habe das alles einmal auseinanderklamüsert. Auf meinen, ähm, Einleger, bei mir heißen diese Metallkringel-Einleger, habe das dann da drauf geschoben, das Ganze dann über meinen Kuchen runter geschoben, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links gearbeitet, die Überschüsse abgeschnitten und dann halt einfach noch ein bisschen nach hier, nach da ein bisschen gekniffen. Da müsst ihr halt so ein bisschen mitspielen, dass das Ganze einigermaßen ordentlich aussieht. Was ich dann auch noch gemacht habe, euch nicht gezeigt habe, aber das erklärt sich halt von selber, ist, dass ich mit dem Verschnitt noch oben so einen Rand draufgelegt habe und das Ganze dann ab in den Backofen geschoben habe, bis das schön goldig ist. Das hier war dann einige Minuten, ähm, nachdem der aus dem Ofen kam, das heißt, der ist immer noch gut heiß und, ähm, zum Ausglanieren habe ich mir jetzt hier Aprikosenmarmelade genommen. Das ist halt die klassische Variante, wenn ihr für Teilchen und Kuchen zum Glasieren halt Aprikosenmarmelade nehmt und hier ist es halt auch noch passend für den Geschmack, also optimal. Da habe ich mir einfach ein bisschen was genommen und das in der Mikrowelle so weit erhitzt, dass es richtig, richtig stark am Blubbern und am Aufkochen war und, ähm, damit dann mein Aprikosenriemchen glasiert, dass das, äh, nicht austrocknet, schön glänzt, eine super Farbe bekommt und, und, und. Das hat immer mehrere Vorteile. Und dann ganz zum Schluss habe ich noch, weil ich das so kenne, etwas Hagelzucker draufgegeben. Das ist irgendwie auch schon immer so. Ich mag den zwar nicht sonderlich, aber der sieht hübsch aus und das gehört halt irgendwie einfach dazu. Aber, ja, das ist dann das Ende vom Lied. So sah dann mein Apfel, ne, mein Aprikosenriemchen aus. Lasst mich wissen, ob ihr das kennt und wie euch das gefällt. In der Infobox ist alles verlinkt, was ihr wissen müsst und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020